Peace Leute, Basketup, ich bin Möbel Monkey Freunde und heute werden wir einen Vlog machen. Wir wollen euch heute einen Tag lang mitnehmen, also let's go Freunde. Wir schauen Freunde, wir machen uns jetzt auf dem Weg zur Edeka. Danny ist auch hinten, da will ich glaube nicht gefilmt werden, ich weiß nicht. Wir machen jetzt folgendes, wie geht es zur Edeka. Und wenn ihr das Video gerade seht, ist Ostern, also frohe Ostern euch. Das wird ein kleines Ostern-Spetal. Ja, ich würde sagen Freunde, ich und mein Bruder machen uns jetzt auf dem Weg. Und jetzt geht's zur Edeka. Wenn wir in Edeka sind, mach ich. Oh Freunde, wie ist es mit Edeka, Freunde? Und jetzt nehmen wir die 15 Euro Xbox Card für den Xbox. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, wir sind jetzt gleich in Edeka. Ja, wir sind mit Edeka. So Freunde, wir haben jetzt die 15 Euro Xbox Card. Oh, jetzt sind wir 50 Euro? Nein, 15 Euro Xbox Card. Nein, 15 Euro Xbox Card. Lenny wird heute sicher zu treffen. Ja. 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 Schönen wir euch dann auf, Lenny. Ein bisschen Tempel, könnt ihr wissen, es ist nicht so, weil hier ist ein Schmalerweg. Schmalerweg, das kann ich mal gerne zeigen. Ja. Schmalerweg. Ähm, ja. Ähm, was wird heute noch so anstehen? Also was, kann ich abnehmen bitte dann? Ähm, was wird heute anstehen? Wir werden jetzt nochmal gucken. Ein bisschen weiter streiten. Natürlich. Ähm. Gucken wir auch erstmal, ob's trocken ist, wie gesagt. Und dann versuchen wir nochmal, was zu verbessern. Lenny wird sich jetzt einen schönen Fortnite ins Betrieb kaufen. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn wir ein bisschen mehr da vorne sind. Ja, Freunde, wir haben jetzt jemanden gemalt, ihr seht's. Ähm, wir werden jetzt die Möbel alles vorrücken und dann gibt's einen kleinen Roomporn, Freunde. So, back is fun. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.